Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day Ice Speedrun von Peppy Who holds the world record? 4,27% ist die Abschlussrate, die sich aus 36 erfolgreich von 842 Versuchen ergibt. Einzelspieler, Thema in dem Augenblick Speedrun und das Ganze im Super Mario World Style. Ich bin neugierig, ich hoffe ihr seid es auch. Insofern wünsche ich euch jetzt hierbei viel Spaß und... Ja, viel Spaß bei diesem Video. Super Mario Maker 2 Da noch Eis, oh man. Muss man groß sein oder muss man klein sein? Oh, ich hab ja Zeit, wie ich will. Oh, schön. Oh man. Oh man. Ah. Hm. Ich soll nach oben? Glückwunsch, Stroh. Glückwunsch, du hast den Pau wieder gefangen. Okay. Okay. Ah, der Powerblock, der stört ein bisschen. Bisschen abbremsen. Hm. Hm. Ich würde gerne toll geben, aber ich sage euch gleich, wieso, weshalb, warum nicht. Im Detail. So, da sind wir auch schon im Detail. Ein Bu, 13 Likes, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay, gut, das sehe ich halt ein bisschen anders, aber wie gesagt, das ist halt dann auch so Geschmackssache, ne? Ich muss dazu sagen, der Pilz ja am Anfang, der hat mich extrem irritiert und ich habe natürlich versucht, dann hier irgendwie durchzukommen. Und es hat halt so ein bisschen die Energie vom Speedrun rausgenommen. Darüber hinaus hast du halt hier Wände hingetan und wenn man falsch springt, kommt man hier zum Stocken, zum Stehen, wie auch immer. Genauso das Gleiche auch hier. Du musst hier perfekt gegenspringen, also genau hier an dieser Kante. Und es fehlt so ein bisschen dieser Flow, der dann verloren geht. Ein Speedrun ist wirklich, es geht flüssig durch. Man kommt nicht einmal zum Stoppen, nicht einmal zum Stehen. Alles ist genau aufs kleinste Detail getimt, dass es perfekt funktioniert. Das ist für mich ein ordnungsgemäßer Speedrun. Das heißt also, ich würde den Block hier vorne hinsetzen, dass man hier springt und dann immer noch den Powerblock werfen. So. Hier haben wir dann genau das gleiche System wieder, dass man da drauf springt. Ja. So. Dann hier, wie gesagt, die Sprünge hast du sehr komisch bemessen. Es sind keine Fulljumps, es sind so Dreivierteljumps, die dann auch mal für den ersten oder anderen falschen Versuch enden. Hier muss ich dazu sagen, hier hast du mich ein bisschen extrem irritiert, weil diese Pfeile waren mehr als irritierend. Mehr als irritierend. Dann schlussendlich sagst du, äh, du musst nach oben. Und nicht, Achtung, von oben kommt was runter. Weil das sieht man ja schon, dass von oben die Fromps kommen. Das hat halt dann irritiert. Hier dann mit dem Powerblock, den musst du halt im letzten Moment werfen, damit du halt alle auf dem Bildschirm hast, um dann hier mit kleinen Sprüngen das zu schaffen. Und hier ist wieder genau das gleiche. Du musst entweder genau die Kante erwischen oder aber halt bleib stehen. So. Hier geht es weiter und hier ist dann wirklich ein Showstopper. Weil das schaffst du nicht in einer flüssigen Bewegung hier gegen springen, weil du hier mit Fullspeed hoch springst, um dann wieder gegen den nächsten zu springen. Es ist wirklich, äh, dann schon, ich sag jetzt mal Precision mäßig möglich, klar. Aber ich glaube wirklich nur die extremen Weltrekordhalter schaffen das zu überbieten. Und, ja, hier der Sprung ist dann auch, du greifst den, kannst halt dann erst springen und musst dann halt auch aufpassen. Um schlussendlich dann hier wieder mit dem gleichen Prinzip, was wir schon davor hatten, das Ganze wieder zum Stoppen zu bringen. Wie gesagt, Speedrun ja, in einer gewissen Art und Weise schon, aber es sind hier halt zu viele Stops drin. Und, ähm, bei einem Speedrun würde ich auch mal sagen, du hast es in 47,77 abgeschlossen. Er war schneller und, ähm, ich glaube, wären die Stops nicht drin, würde man das sogar in unter 40 schaffen. Wäre jetzt meine Vermutung. Also, wenn du nochmal so ein Level machst und machst diese ganzen Stops mal wirklich so ein bisschen besser positioniert, meinetwegen einen nach vorne oder so oder zwei nach vorne, dann würde das Ganze schon flüssiger ablaufen. Und auch hier genauso mit den Sprüngen gegebenenfalls der hier. Machst du, ähm, semi-solid, dass man hier so hoch läuft. Weil, du hast halt hier einen Long-Jump, Long-High-Jump und, ja. Und wie gesagt, zwinge er nicht gleich am Anfang den Pilz auf. Und hier, wie gesagt, auch, arbeite hier ein bisschen anders. Gehen gegebenenfalls ein bisschen weiter nach rechts. Meinetwegen hier auf die Höhe. Immer einen dazwischen Platz lassen. Das wäre das Beste, was du machen könntest. Wie gesagt, der hier war sehr irritierend. Und hier den Pau auch immer einen davor, nicht genau an der Kante. Dann fühlt es sich auch flüssig an. Du hast es hier gut mit dem gelöst. Ist in Ordnung. Das war vollkommen akzeptabel. Selbst schon einige, wenn es nicht Eis wäre, dann das anders nutzen würden. Weil hier zum Beispiel, wenn es kein Eis wäre, kriegst du den nicht mit. Das heißt, du bekommst den Speed nicht jetzt ein. Du machst vorher einen Spin-Jump. Gut, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu, diesem Speedrun in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Ciao, haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.